Das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein. Ich habe mich mit meinem Coach unterhalten und er hat mich dann gefragt, als ich ihn gefunden hatte, und er fragt mich dann, sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Da habe ich gesagt, naja, ich würde gern mehr verdienen. Mehr verdienen, sagt er, mehr ist nicht konkret, mehr ist gar nichts. Meine lieben Freunde, das ist ganz wichtig, sagt nie, dass ihr mehr wollt. Mehr ist nichts, was das Versandhaus des Universums euch schicken kann. Das muss eine genaue Angabe sein, eine Zahl, sonst kann das Gesetz der Anziehung nicht funktionieren. Also sagt mein Coach, wie viel wollen Sie denn verdienen? Wie viel werden Sie verdienen? Ich habe so ein bisschen nachgedacht, wusste ich nicht. Und dann hat er mir die Frage gestellt, die mein Leben verändert hat. Aber Achtung, das war kein einfacher Weg, was das bewirkt hat. Er hat mir eine Frage gestellt, die mein Leben verändert hat. Und vielleicht möchtet ihr diese Frage auch hören und euch selber stellen. Und diese Frage war, Herr Schäfer, wie viel werden Sie, nicht wollen, nicht möchten, werden Sie in drei Jahren brutto monatlich verdienen? Und so habe ich gedacht, naja, jetzt musst du eine hohe Zahl sagen. Also habe ich gesagt, naja, 10.000 war damals Mark. 10.000, wenn du pleite bist, ist eine wahnsinnige Zahl. Er hat sehr kurz zu mir gesagt, da ist die Tür. Da ist die Tür. Er hat mir auch erklärt, warum. Menschen mit erbärmlich kleinen Zielen würde er nicht coachen. Und ich bin auch einen Moment stehen geblieben. Dann sagt er, naja, ich gebe Ihnen noch eine Chance. Also, wie viel möchten Sie in drei Jahren, wie viel werden Sie in drei Jahren brutto monatlich verdienen? Das habe ich gewusst, jetzt muss ich wirklich eine richtige Zahl auspacken. Also habe ich gesagt, 43.000. Ich weiß nicht, hat das von irgendjemandem gehört, der verdiente 43.000, fand ich so super, habe ich gesagt, 43.000. Sagt er, okay, 43.000, das ist eine ungerade Zahl, runden wir es auf, auf 50.000. Er sagt, runden wir es doch auf, auf 50.000, so schnell kannst du nicht 7.000 mehr verdienen. So, bis dahin war das für mich irgendwie so ein abstrakter Quatsch. Und dann sagt er aber zu mir, und jetzt nehmen Sie bitte einen Stift und notieren Sie, ich, Bodo Schäfer, verpflichte mich, in drei Jahren und das Datum, das exakte Datum, brutto monatlich 50.000 zu verdienen. So, da hat meine Hand sich irgendwie so verselbstständigt, ich habe sie versucht einzufangen, aber die wollte nicht schreiben. Ich habe schnell mal eine Einwände gehabt. Ich habe gesagt, so viel Geld brauche ich nicht. Hat er gesagt, naja, das wissen Sie ja noch gar nicht. Verdienen Sie es erstmal und dann werden wir schon Wege finden, was Sie mit dem Geld machen. und wenn Sie es spenden. Und dann kam ein wahrer Einwand. Ich habe dann gesagt, naja, ich glaube, Achtung, so viel Geld ist gar nicht gut für mich. Und das war ganz tief aus mir. Ich habe tatsächlich mich klein gehalten bis dahin, weil ich der festen Meinung war, so viel Geld ist nicht gut für mich. Da mache ich vielleicht Quatsch. Nur noch Party, nur noch was weiß ich was, tue nichts mehr. Ich habe mich deshalb klein gehalten. Und dann hat er gesagt, Herr Schäfer, es geht nicht darum, dass Sie eine Million haben. Es geht darum, dass Sie Millionär werden. Und dann hat er einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein. Ich hatte also jetzt aufgeschrieben, 50.000, werde ich in drei Jahren bruttomonatlich verdienen. Und dann, nachdem ich diese Zahl da hatte, diese 50.000 aufgeschrieben hatte, sagte mein Coach, und jetzt streichen Sie diese Zahl durch und nehmen Sie sie mal zwei. Jetzt musste ich also aufschreiben und jetzt war es noch schwieriger, das aufzuschreiben. 100.000 monatlich. Du musst das nicht machen, du kannst das machen. Für dich, bei mir war es so, dass er den Eindruck hatte, bei den 50.000, da glaubt der Schäfer noch so ein bisschen dran. Bei den 100.000 ist er endgültig im luftleeren Raum. Da weiß er, er muss jetzt alles neu machen. Er muss sich komplett neu erfinden. Und das war für mich damals genau das Richtige. Ich durfte nicht versuchen, irgendwas Altes weiterzumachen. Für mich war es richtig, zu sagen, okay, 100.000 ist so weit weg, ich muss komplett neu anfangen. Ich muss alles loslassen und komplett neu anfangen. Das habe ich dann gemacht. So, ich möchte dir nicht sagen, dass das jetzt eine leichte Zeit war, die danach kam. Das war irre schwer. Und ich habe es mir überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe erst mal gesagt, glaube ich nicht. Ich sagte, das ist doch nicht schlimm, ob Sie es glauben. Hauptsache, Sie haben ein Ziel. Hauptsache, wir haben ein Ziel, hat er gesagt. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass wir ein Ziel hatten. Ich fand, das war mir so ein bisschen aufgezwungen. Aber ich hätte es ja nicht machen müssen. Aber es war für mich sehr, sehr schwer. Dann habe ich gesagt, wir haben nicht ein Ziel, wir haben ein Problem. Ich glaube es dir. Sie sagte, Sie brauchen es nicht glauben. Und das möchte ich dir immer wieder sagen. Du brauchst es nicht glauben. Du tust einfach alles Entsprechende dafür. Und in der Rückschau wirst du sagen, dass du es immer hättest glauben können. Aber das weißt du jetzt noch nicht. Und ich habe es damals nicht geglaubt. Und die nächsten zweieinhalb Jahre waren relativ schwer, zumindest am Anfang. Und dann aber nach zweieinhalb Jahren hatte ich dieses Geld verdient. Es hatte natürlich was mit mir gemacht. Ich war ein ganz anderer Mensch geworden. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Mit 37 habe ich das Erste geschrieben. Der Weg zur finanziellen Freiheit. Ihr werdet es kennen. Sonst wärt ihr heute wahrscheinlich nicht hier. Und das war natürlich eine tolle Geschichte. 10 Millionen verkaufte Bücher mit deinem ersten Buch. Das ist schon richtig cool. Aber wisst ihr, das war keine Erfolgsgeschichte von Anfang an. War es nicht. Sondern ich habe das Buch geschrieben 1997. Und ich habe anderthalb Jahre lang keinen Verlag gefunden, der es drucken wollte. Es wollte keiner drucken. Und dann habe ich 57 Verlage angeschrieben. 57 und habe von jedem eine Absage bekommen. Die haben mir auch alle erklärt, warum sie mir eine Absage geben. Der eine hat mir dann gesagt, weil sie Legastheniker sind, sie können nicht rechtschreiben, also können sie keine Bücher schreiben. Dafür brauchte ich keine Absage. Dass ich Legastheniker war, weiß ich seit der Schule. Oder bin. Und dann hat einer gesagt, diese komische Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Geld, das passt ja überhaupt nicht. Ja, aber wie will man das denn trennen? Es geht doch nicht um Geld, es geht doch um dich, der wohlhabend ist. Also muss natürlich die Persönlichkeit mitwachsen. Und dann habe ich etwas ganz Wichtiges gelernt. Diese ganzen Absagen, die fingen an, was mit mir zu machen. Und was ich gelernt habe, ist, es ist nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, was die Leute sagen. Entscheidend ist, was wir uns selbst sagen, nachdem sie es gesagt haben. Es ist nicht entscheidend, wie wir uns selbst sagen. Vielen Dank.